Die Dinger, die Dinger Ja, was geht denn da? Ich weiß nicht, dass ich da war Komm her, Alexander Komm her Komm her Alexander, komm her Ach du, Stöckmann Katastrophen, Katastrophen Ich bin ja schon Das kann man nicht Moritz, komm her Na 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 Guck mal, Alexander Die waren so klein wie du Hatten auch so viel Angst wie du Kann der Angst, Alexander Nee, nee Nee Na, was ist das? Oh 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 Was? Kannst du Papa sagen? Hm Ja Aber Du hast was anders gehört Hm 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 Aber mit dem kannst du dich gut verstehen, ja? Hm Ja, halte Hm Und sonst bist du ganzartig Was für nichts Böses zu berichten Hm mas Ein paar Riesenpakete Hä Nasıl Na Warum Ja 何 Da Schaff меня Auch habe Es Geschlafen Gehe Dann Mal gucken was Wir Ok Oh, weg! Schnell, mein Klo! Nein, ich muss doch hingehen zu ihm! Das hat eine Frau eingefackt, die macht nicht besonders Geld. Hä? Hast du die Verkäuferin? Oh nein! Bist du gar nicht neugierig? Bist du ja noch mehr? Bist du ja noch mehr? Echt? Alexander! Also, ich komm gleich! Jetzt geh! Echt? Muss ich noch mal sagen? Nein! Ja! Gämbach! Arschloot! Schatel! Schatel! Bist du! Und ich schalke da dazu, ne? Das kann da den richtig vorspielen! Hat doch schön! 4. 5.